Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu COD1. Lange ist es her? Ein altes Projekt jetzt mal wieder aufgegriffen, da ja Need for Speed vorbei ist quasi. Ich bin ja mit allem durch. Ja, fortsetzen. Ja, läuft ja wie am Schnürchen, wenn man nicht so krass laut wäre. Mal gucken, ob ich das regeln kann hier. Schön, dass das alles noch so passt. Dx und tralala. So. 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 Wo erst mal hätte ich gerne MP40, das wäre mal ein Ding, ja. die ist auch ganz gut ich habe nicht mehr erstmal die munition vom feind quasi das war hier immer eine gute idee dann geht es da jetzt rein wahrscheinlich sprengt diese türen ich habe anscheinend immer noch sehr gute reaktionen hier ist jetzt in der tat aber auch ein bisschen leise geraten ich das so sehr probieren wir es mal so ich würde mal sagen wir stürmen die deutschen so ein bisschen heilung und so weiter so wie war denn das mit dem automatischen speichern das ist ja auch f5 ja wie bei max pain old but gold hier kommt der typ den ziemlich klein vor wenn ich hier rumlaufe feierabend so meine jungs aber da kommt freude auf so kommen die hier hier hat schwarzt die so die 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 Hmph! So, Leute, die haben Schnürchen hier. Kann man so machen, oder? Das ist auch einer von meinen Leuten, das ist auch okay. Ich muss noch ein bisschen mehr MP40 verwenden, weil die Muni dafür wieder ran wollen ist. Hm, ja gut. Okay, Prime M3! Oh, wo sind meine Leute hin hier? Wenn die vorlaufen. Kann ja irgendwie nicht sein eigentlich, ne? Wenn die vorlaufen, darf mir ja keinen Gegner mehr hinzukommen eigentlich, aber naja. Guck mal nach, die Ringe. Jetzt müssen wir dann doch wieder zu laut. Das ist ein bisschen schwierig mit EAX. Boah! 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 Das muss ich mir mal unterraten. Boah! Boah! Wie six! Boah! Boah! Wie laufen die vor, lassen sich killen, und dann kommen noch Gegner. ein bisschen zu stürmisch die Jungs keine Ahnung auf welchen Schlecht wenn ich hier spiele ich kann das auch mit Granatenspielen wenn das dann bescheid wisst hier vorher frei Oh, der steht wieder auf. Jetzt nicht mehr. Ich schlafe mal ne Runde, Kumpel. Ach, meine. Ach, meine. Ach, auch los. Ach so, Alter. Oh, ich steh mir nicht im Weg, Junge. Ich kriege die Krise hier. Ach. Ach, meine. Ach, meine. Ach, meine. Ach, meine. Ach, meine. Ach. 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 Ach, meine. Ach. 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 hier bisher, will ich mich nicht beschweren. Ja, kann man so stehen lassen, ne? Dann sag ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt COD-R1. Bis dahin, macht's gut oder besser.